Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Walking Dead. The New Frontier Episode 2 oder so. Auf jeden Fall, wir haben im letzten Part wieder mal jede Menge Action mitbekommen und ja, nach einer kleinen Konfrontation mit den Jungs von New Frontier oder so, haben sie uns das Tor eingerammt. Wie es jetzt natürlich weitergeht, ob es richtig eskaliert, also ich hoffe jetzt, dass wir mal richtig fighten dürfen und ja, seht ihr jetzt. Na toll, Rauchgranaten. Es wird ja immer schlimmer. Ach du Scheiße! Rauchgranaten. das messer nicht stecken guter junge gut gemacht gut gemacht gut gemacht Wo ist Clementine? Wo ist Clementine? Okay, 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 okay. Da ist er, da ist er. Jawohl. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Mein Gott, die sind so ahnungslos. Oh Leute, das wird noch mal richtig interessant, Alter. Oh mein Gott, das nimmt mich richtig mit, Alter. Ich finde es so geil, ich finde es so mega. Jetzt sind wir aber schon wieder geflüchtet. Also, ich dachte, da passiert ein bisschen mehr, aber wir haben es geschafft soweit. So, und wir haben wieder eine Gruppe, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Elinor, danke Gott. Ich kann nicht glauben. Alle unsere Freunde, alle diese Leute... Oh, Conrad. We'll avenge her. I promise you that. Oh, so is we now? You're the reason they came to Prescott in the first place. She's there because of you. Conrad? Easy, buddy. This wasn't his fault. Bullshit. Francine. Prescott. All because this washed up cheat walked through our gates. I should have known it the second I looked at you. You ain't gonna stand up for nobody but your own. We... We just lost someone too. So... Say what you have to say. What? That supposed to make me feel better? Calm down, Conrad. Please. All I know is, if it wasn't for him... Back the fuck off. Now. Just back away. Take it easy, son. Gabe, no. This isn't necessary. What are you talking about? Yes, it is. I told you. I get that you're trying to help, but this isn't how you do it. Just do it already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. Come on, kid. You kill an unarmed man. You'll regret it for the rest of your life. You hear me? Don't touch my uncle again. Fuck me. Gabe! Let him go. He just needs to cool off. We have to go back. We have to bury her. I wish we could, but Prescott's overrun. We can't go back. Well, we're not safe here either. What about Richmond? Richmond. I've heard there's a community there. If it's true, they'll have food, walls, maybe even a hospital. All I want is to find the motherfuckers who did this. They took my home. They took my... God damn it! You want revenge? You're gonna need help. Maybe going to Richmond is the way to get it. Richmond? Huh. It's something at least. Yeah. Fuck it. Let's go. That's a spirit man. Hey, Gabe. Oh. Hey. You okay? Huh. Maybe they'll hit it off. Yeah. You know, that was really impressive back there. What you did. Hope so. Might be good for them both. They need someone their own age they can talk to. Come on, guys. We got a long drive ahead of us. Yes. I'm wondering what's happening with Kate. What can I do here? I just... I feel like I'm burning up. Oh, no. And I'm dying of thirst. Here you go. Thirsty isn't good. How's her forehead feel? Uh, eyes. Hot. Hot. Fuck. It's probably sepsis. Sooner we get to Richmond, the better. Oh. Oh, god damn it. Oh. It really hurts. Hey. You're gonna be fine, Kate. I... I'm just... trying to be realistic. Yeah? Well, I'm trying to be optimistic. Javi. We both know what's coming. Kate. We do. And this is gonna sound fucked up, but... Maybe this is... my chance for... Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. I'd be one of the lucky ones. You don't get to just bow out. Just think about all that's happened. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe... I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. So... He's not that sweet little boy I first met. But... Maybe this is better. He just needs guidance. A lot of it. But... I hope so. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. You know I'll be there for him. For as long as he wants me to be. I do know. But... It's still nice to hear. Hey! Careful! Sorry. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Huh. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. I am going on now. You are flying again. Oh my God! We are flying again. You are flying again. Oh my God! Was ist denn jetzt? Ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Also was ist passiert? Nein. Wir haben ein paar Autos auf dem Unterpass. Zu viele zu fahren. Wir brauchen einige von ihnen aus dem Weg. Hey! Ich komme auch. Ich werde mit Kate und behalten. Yell at uns, wenn irgendwas passiert. Es ist sehr便宜, dass die Pass blockiert so ist. Es ist nicht so便宜, wenn Sie mich fragen. Ja, schauen wir mal, ob wir das irgendwie aus dem Weg kriegen. Ohne Reifen, super. Das wird auf jeden Fall toll. Ich gucke jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Es wird sich schon irgendwas finden, was wir machen können. Oh! Okay. Oh! Oh! Jesus Christ! What the hell! Oh! Äh, ja okay! Und tschüss! Yeah, Matschkusche! Wooo! Ähm, ach das war es schon wieder? Hm? Tja, da müsste er dort sein, ne? Die beiden. Yeah! Okay benutzt! Wir brauchen es zu bewerben, irgendwie. Es muss eine Art, um zu bewerben, um diese Sache zu bewerben. Ich schaue mich um. Jetzt kann ich den Kabel ausziehen. Ich hoffe, das wird behalten. Es braucht noch etwas, um diese Puppe zu bewerben. Wie geht's dir? Conrad sieht nicht so gut aus da. Tell me about it. Er ist ein guter Mann, Javi. Ich habe ihn lange kennengelernt. Es ist nur ein dunkler Tag für ihn. Ja. Habe ihn für mich. Okay? Okay, das Seil ist verbunden. Und wir brauchen jetzt eine Autobatterie oder sowas ähnliches. Those might come in handy. Ah, okay. 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 Da war gerade eine Leiter, habe ich gesehen, aber da kann man nichts machen. Okay, alles klar, ja. Ich kann immer mit ihm reden, nicht? Das könnte so sein, dass wir jetzt schon wieder... Okay, also wir haben jetzt schon mal das Verbindungskabel. Fremdstaaten und so, ne? Okay, jetzt haben wir schon mal alle Druckpunkte durch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich verbinde jetzt das Kabel mal mit der Batterie oder mit diesem Gestänge, weiß ich nicht. Nicht bloß und Minus verwechseln, sonst ist die Batterie mehr. Oh, hier geht's nothing. Hey, da sind wir. Ich glaube, wir sind fertig. Wir gut? Be ready to move once the wreck is clear. Wir sollten gleich hinter dir sein. Will do. Oh, oh. Get the walkers! Oh, shit. Das war aber jetzt nicht viel bedenkt Zeit, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Scheiße. Ich würde mir das erste Mal gestorben hervorragend. Okay, alles klar, weiter geht's. Also, okay. Das hier drücken und da auf jeden Fall drauf. Q drücken. Bam, bitch. Okay. Drei Schlüsse für einen Kopf in der... Oh, oh. Und rennen. Bam. Du, kleine Bitch. Und rennen. Die Van. We got bigger problems here. The roof. Go. Sure. Drücken. Jawohl. Okay, klasse. Oh, shit! What the hell? Come on. Komm schon. Jawohl. Mein Gott. Alter. Was ist denn hier los? Schon wieder. Jetzt haben wir ein verdammtes Scheißproblem. Also der Scheiß-Service ist vorbei. Eleonor ist da alleine gerade jetzt. Wir würden sogar nicht sein, wenn es nicht für dich wäre. Das ist nicht wahr. Fuck you, Conrad. Whoa, whoa, whoa. Stop. There ist jemanden da oben. Was? Where? Shit. Everybody get down. Wait. Was das alles ein Schuss? Keep your heads down. Guy könnte have a rifle. Ich weiß nicht über die resten von dir, aber ich möchte meine Skull intact. Whoever you are out there, we don't want any trouble, okay? What the hell? He's gone. Everyone stay here and keep behind cover. I'm gonna see what I can find out. Be careful. I'm gonna see what I can find out. Was ist da los? Schön im Auge behalten. I'm gonna need you to turn around for me. Slowly. Did you hear me? Es ist eine Trappe. What the hell? That thing's not a toy. Drop it, or you might hurt yourself. Now then, I'm not gonna shoot. Not unless you made me. I just want to talk. You got me? Just want to have a word? Look, I don't want any trouble here, okay? Just answer my questions, and you have my word, you'll be fine. You, the two guys there, the kids, the women in the car, I saw you split up. I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? You folks have your shit together. If you're some kind of broken tribe, then let me know now, cause I've had my fill of people that can't agree on anything. They're good people. They've lost a lot. Sure. We all have. Recently. Ah, fresh wounds. That makes sense. You're going to Richmond. That tells me you got something to do with what's going on down there. Question is, whose side are you on? Look, man, I don't know what you're... Don't move. Well, is he one of them? Hey, man, what do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. The new frontier. What? No, I'm not with those guys. You got this backwards. Avi, this guy's full of donkey shit. Do you want to let me talk? What's the point? How can we trust anything you say? You can call it a hunch, but I don't think he's with those guys. Says you. How do we know for sure? It's the truth. Nothing. Look, I'm telling you, I'm on my way to Richmond, just like you. I lost touch with some good people there when the new frontier took over. What did you say? The new frontier? They took over Richmond? Don't tell me you didn't know that. Fuck. Oh, God. Eleanor and Kate, they're headed right to the middle of those assholes. At least now we got an excuse to go after those motherfuckers. What are we going to do? Everyone, just calm down. Calm down? Calm down? How the hell do you want us to be calm about this? They're going to fucking kill them. Not if we get to them first. There's an old train tunnel that runs under the James River. From what I hear, it should be a straight shot into Richmond. A train tunnel. I could lead you guys there. But since a hobby here said you're good people and all, maybe you could lower those guns first. Lower them my ass. We're going to tie you up and make sure your story checks out. That's really not necessary. I don't know. Lower your guns. Javi, man, don't. Do you trust me or not? Thank you. Ready? This way. Hey. What do we call you? Sorry. Forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. There's always a bit of a look at it. Alter Schwede, ey. It's going to be always worse. Guys, it's going to be always worse. Oh, man, ey. Bevor wir jetzt sehen, an was er sich erinnert, würde ich sagen, ich beende hier meinen Part. Ich bedanke mich wieder einmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es klimpflich ausgeht für Kate und Dingsbums, Eleanor und dass wir da rechtzeitig ankommen können. Können wir Jesus vertrauen? Was hat Clementine mit dem Ganzen zu tun? Ich meine, die ist ja überall irgendwo verschickt. Sie kannte The New Frontier, sie kannte Prescott, sie kennt Richmond, also sie kennt ja alles, was hier gerade abgeht und deswegen ich bin megamäßig gespannt. Ich denke mal, diese Rückblicke, die haben was damit zu tun, um so langsam zu verstehen, was eigentlich in der Zeit passiert ist, wo sie alleine war, nachdem dann Jane gestorben ist. Und ja, wie schon gesagt, das sehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall wieder rein, wenn ihr wissen, wie es weitergehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, zu welchen Antworten, ich zu welchen Fragen und so weiter. Ihr wisst ja, worum es geht. Vergesst das Bewerb nicht. Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. See you next time. Euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Servus, alle Schwede. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall.